hallo und willkommen zurück bei call of duty world war 2 hallo von meiner seite natürlich auch und operation griffen ja das mit den panzern da sind wir einmal nicht vom sparen weggekommen ja das war ja es wird mit einem heimlichen angriff durchbrechen haltet sie ein bisschen besser finde ich bin einfach kein mp spieler ich bin sniper und ich glaube ich werde einfach immer sniper bleiben ich bin jemand der irgendwie so eine bar oder ein bisschen nach haben wir gebraucht okay ja du bist er der infanterist von uns beiden ich merke es auch bei rollenspielen spielen was ich vor allem meistens für ja ich weiß nicht ob das ist weil ich war eigentlich schon immer eher jemand der mehr auf präzision gelegt hat wie auf feuerkraft oder durchschlagskraft gut okay b zieht sich zurück schaltet weiter die eskorte aus achtung bei a ja bei diesen auch durch unseren igel der weg versperrt einer beim a ist der ist auf dem mg glaube ich die rück vor wie bitte zur hölle sieht sich zurück aber die stände ist auf reichweite also für eine mp immer noch gut müssen wir jetzt ja schon mal raus lassen schaltet weiter die eskorte aus unser igel hat sie aufgehalten dreck messer hä zwei ja passt perfekt das war die zweite die ich eingeschossen habe Baker zieht sich zurück in zwei minuten sind wir bereit die Brücke zu zerstören b zieht sich zurück weiterfeuern ich gehe wieder auf b charlie wurde von unserem igel aufgehalten dreck den habe ich jetzt gar nicht gesehen b ist unterwegs die eskorte aus ah ich habe schon wieder vergessen meinen schalldämpfer draufzuschrauben b zieht sich zurück schaltet weiter die eskorte aus und nur so der wir sind wir gegen das profi team gespielt haben anders kann man es fast nicht sagen ja haben wir immer nicht einmal mehr in die nähe des panzers gekommen ne da war einfach nur firearm du bist gespawnt und gleichzeitig gestorben ja konntest vielleicht ein zwei stritte gehen aber mir auch nicht noch eine minute Baker zieht sich zurück b zieht sich zurück weiterfeuern da ist jetzt genau einer in meinen Dreck voll reingehen oh man ich bin noch so über ja genau mit dem letzten Schuss noch und momentan haben wir sie eh saugut unter Kontrolle Entschuldigung Dreck bei c ist geregelt weil die drücken schon wieder ein bisschen rein Dreck und geschützt ist einer erledigt aus b hammer au 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 die panzer dürfen nicht vorrücken b zieht sich zurück weiterfeuern uuuh fünffach abschuss alter geil halte den vorstoß der panzer auf oh b rückt vor haltet die panzer auf erinnerst du dich noch äh daran wie einer zu mir gesagt hat ich hab ähm ach der aimbot mit der Schau ja der war super witzig wir haben verhindert dass sie die kampfliebe durchbrechen stimmt unser Team hatte genug Zeit die Brücke zu zerstören ja darum sag ich ja ich glaub nicht aber der war super witzig da hab ich mir nämlich die Challenge gemacht bloß mit der Schaufel rumzurennen und ihr habt dann gemeint ich hab nen aimbot ja nen aimbot mit der Schaufel nen aimbot du brauchst bloß auf die Füße ungefühlt ziehen und du äh und der ist droht auch an ich mein es ist der scheiß Schaufel aber wir müssen schnell sein sonst zerstört der Feind die Hälfte und zwei Brücken unsere Streitkräfte sitzen in der Falle aber das war schon sehr witzig ja den haben wir uns lange amüsiert das stimmt und wir amüsieren uns bis heute noch drum ja zu rechts ja A rückt vor beschützt ihn einen hab ich C rückt vor eskortiert ihn aber hinter die oh C ist in Bewegung verteidigt ihn Dreck Sniper der hat auch genau ausgeschützt gezielt Dreck falsche Seite ja ich auch ok aber ich hab den Mann Mann Wieso musst du jetzt genau nicht schießen wenn ich mit Granate werf A ist in Bewegung Pah Glück gehabt B wird von einem Igel blockiert Dreck natürlich Dreck C hat die Kampflinie fast durchbrochen Sie ist durch Dreck 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 also bei C habe ich jetzt zwei erwischt Anton rückt weiter vor ok fuck A hat die Kampflinie fast durchbrochen schützt ihn hat er jetzt gelegt ok ne hat er nicht aber passt schon wir haben A durchgekommen wir haben die Kampflinie durchbrochen weiter zur Brücke jawoll Levelaufstieg passt nice unserem Panzer geht der Sprit aus steht Treibstoff vom Feind sonst steckt unser Forschungsfest da was waren wir A gehen ich Hallo Panzer Hallo ich würd fast auf ich muss ganz ehrlich sagen auf B gehen gefühlsmäßig ein feindlicher Panzer hat einen von uns ausgeschaltet oder über die Mütte zu A wir haben nur noch eins zu Mütte wir haben ihren Hinterhalt zerschlagen aber unser letzter Panzer hat kaum noch Treibstoff klaut weg vom Feind einfach mal A und guck mal was passiert wir nehmen A wir nehmen A Tchit 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 Hilfe 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 du bist safe keine Sorge feindlicher Flammenwerfer im Einsatz ja ich hatte es ja gerade vor Kämpft um den Treibstoff wolltest du mir meinen Kill klauen wir stehlen A tot A wurde fallen gelassen stehlt den treibstoff vom feind wir haben A erhalten Dreck der A ist aber gerade niemand wirklich Dreck gut dass ich den gesehen habe wir nehmen A stehlt dem feind treibstoff dafür brauchen eh bloß noch das eine oder jo Anton gehört uns läuft jo ja 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 mich. Der Panzer rückt vor, beschützt ihn. Passt. Der Panzer rückt vor. Nein. Ich habe einen Flammenwerfer. Nice. Geklaut? Der Panzer ist auf dem Weg. Nee, nicht geklaut, leider. Bleibt in der Nähe des Panzers und schützt ihn. Es ist nur noch eine Brücke. Weil manchmal kann man einen Flammenwerfer klauen. Ja, ich dachte, das ist einer vom Gegner. Es muss eigentlich... Weiß es nicht. Dreck. Den Truffritte kann ich relativ wenig tun. Ja, weil der hat eskortiert den Panzer, damit er die Brücke wegwerden kann. Wie einer von uns recht den total schnell genommen hat. Der Panzer rückt vor. Nee, das muss da teilweise auf das rote Symbol achten. Ja, nee, ein rotes Symbol war es keins. Der Panzer ist auf dem Weg. Okay. Okay, da ist noch keiner. Niemand eskortiert den Panzer. Zieht sich zurück. Aber ich spare mir den jetzt fürs Ende auf. Eskortiert den Panzer über die Brücke. Der Panzer rückt vor. Beschützt ihn. Wenn wir nämlich mal zum Ende kommen, dann wird es richtig ekelhaft. Der Panzer rückt vor. Da kannst du sowas dann nämlich sehr gut gebrauchen. Der Panzer ist auf dem Weg. Dreck. Der Panzer zieht sich zurück. Niemand ist da, wie sie eskortiert. Ich glaube, jetzt wurden wir alle gerade von zwei Minuten, bis der Feind die Brücke zerstört. Der Panzer zieht sich zurück. Er braucht eine Eskorte. Tot. Kommt schon, bringt ihn rein. Yes. Jawoll. Jetzt können unsere Streitkräfte den Feind vernichten. Mein Tod war nicht umsonst. Bam. Fick dich. In letzter Zeit werden unsere Folgen ziemlich kurz. Ja. Das wundert mich ein bisschen. Ja, mich auch, weil es die erste halbe Stunde Dinger raushauen, da wo man dann so grad noch irgendwas zerreißt. Ja. Und jetzt hat sowas. Ja. Ja, okay. Aber das war schon wieder. Oh. Oh. Ja. Daro. Ciao, ciao. Jo. Bis zum nächsten. Oh, ich bin aufgestiegen. Cool. Nice. Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.